Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, das 20. Deswegen eine seltene Waffe und zwar die Pistolen, wo es selten gibt's oder gab's im Shop. Und ich hab mir die mal gleich geholt, dass ich für euch ein LP machen kann. Und ja, mein Freund und ich machen hier jetzt gerade die Runde. Jojo ist auch dabei. Hallo. Und da ist er auch schon und ich treff gerade gar nichts, aber sowas von No Aim. Ja, also die hat 6 Schuss. Design find ich ganz geil. Dann hat sie noch 66 zum Nachladen. Und du wirst gerade von hinten angegriffen und ich will aber dich als Kill haben. So, jetzt sind da voll viele Leute. Die Map ist irgendwie für die Pistolen irgendwie ein bisschen kacke. Hätten wir Spongebob gelassen, wäre ich ein bisschen besser drauf. Na, die Map heißt Warfight von mir und Knetze. Schön Werbung machen. Keine Schleichwerbung. Ja, ja, Schleichwerbung. Oder wenn... Nein. Ja, komm, Daniel, ja! Den bekomme ich nicht mehr, oder? Nee. Ja, 3, 3, 3. Ich muss mal hier ein bisschen schneller werden mit den Kills. Junge, immer von zwei Seiten. Ich hasse es. 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 Zack, zack, zack. Ach, fuck. Naja, 4, 4, 4. Kann es sein, dass die Waffe einen hohen Rückstoß hat? Was? Kann es sein, dass die Waffe einen hohen Rückstoß hat? Ja. Ja. Ja, das kann sein. Ja. Nur ein bisschen. Komm nochmal. Ja, 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 ich bekomme dich. Fuck! Ich wollte ja nicht jetzt die, äh, man. Das ist ganz klar. Das ist nix. Du hast nix. Junge, ist das Zaun? Nee. Ich hab gerade Zaun gelesen. Junge, wäre das peinlich jetzt. Mann, wieso sind die immer... Die werden immer bei mir gesponnt. Ich hasse das. Wie, wieso hast du die Sponsor aneinander gebaut? Hab ich nicht gemacht, das hat Knette gemacht. Äh, wieso hab das Knette gemacht? Ah, ich bin im Bierkeller. Was? Mein Bierkeller? Ich bin ansaufen. Ach, du willst das, du Kleines. Abs. Wegen Gründe, äh, nee, warte. Wie ging das? Loh. Aufgrund der Altersbeschränkung wurde dieses Wort für Kleinkinder ausgeblendet. Ja, so schnell ist das vorbeigegangen. Ich würde mal sagen, wir machen gleich noch eine Runde hinten dran. Diesmal auf der Map Spongy, weil ich da besser dran bin. Oder drauf bin, sagen wir immer so. Äh, nochmal. Alle ready? Und nur einer. So, hier, äh, mit welcher Waffe bist du? Spielst du, sagen wir immer so? Na, Piranha. Magst du ab? Ja, klar. Und ich werde voll angehittert und gleich wieder mal von dir. Ist so klar gewesen. Ich muss hier ein bisschen was reißen. Nur ein bisschen was. Nur ein bisschen was. Komm, das ist mal... Nein. Wieso musst du davonlaufen? Ganz ehrlich. Welche Nahkampfwaffe hast du dabei? Hexer-Stadt-Max. Achterwache. Hinten. Also, ich finde, die Waffe hat nicht so den großen Rückstoß. Äh, kommt drauf an, wie man's nehmen will. Also, die hat 6 Schuss, 44, hab ich schon gesagt, also 66 zum Nachladen. Ähm, die normale hat, glaub ich, 10 Schuss oder sowas. Aber die macht 45 Schaden. Ähm, also richtig geil. Von Entfernung nicht die beste. Aber Jojo hat ein bisschen gezogen. Und da ist Movistar, der mich die ganze Zeit enden will. Auf Skype. Der hat mir Prämie gezogen, das Arschloch. Äh, sorry. Biiiip. Aufgrund der Altersbeschränkungen wurde dieses Wort ausgeblendet. Tut uns leid für die Verspätung. Was hab ich jetzt gelabert? Komm, 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 komm. Bekomm ich denn, bekomm ich. Ja, 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 das schaffe ich, das schaffe ich. 6 HP, Alter. Hallöchen. Ach, der hat die auch. Hat die mehr Muni? Ne, weniger. Oh, ne, ne? Witte direkt ne... Was bin ich denn doof, ist, ich schluck für ein 100er, äh, für 50 HP in 100er. Das Movistar. Pff, puh. Piu, 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 piu. Komm, der Nahkampf, ey, tschu. Jawoll. Ach, fuck. Bist noch im... Ja, bist du. Du bist Erster. Echt? Hm. Cool. Hallo. Standard halt, ne? Ja, ist klar, ne? Wenn du nicht im Raum wärst, wär ich Erster. Ich hab Prämie gezogen, das Arschloch. Äh, ich sag's immer wieder. Aufgrund der Atlasbeschränkungen wurde dieses Wort ausgeblendet. Fuck. Das gibt's doch gar nicht. Komm, Last Kill mach ich. Schade. Naja, zweiter. Zwei Akkordeon. Ja, jetzt zeig ich euch, äh, noch schnell die Werte. Pistolen. Hier. 45 Schaden, 93 Präzision, Rückstoß 28, Feuerrate 50, geschätzt also 49. Magazin 60, Mobilität 65, Zustand jetzt 100 und Reichweite 25 von 80. Und dann würde ich sagen, ähm, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.